PELZER DIALECT Ich weiß auch nicht, warum das ist irgend ein paar Tüser da, uff geil, ich wäre frauenfeindlich oder so. Mr. Seller, es tut mir sehr leid. An alle Kohle ohne Ende, nix drauf, also keiner leiden kann. Die Nummer war an dem Ohren cool. Oh, die sind ja alle ganz sauber im Kopf mit ihrem Sexismus. Die Frauen wollen gleichberechtigt ungen. Was? Also werden sie auch gleichberechtigt beleidigt, so ist das in dem Geschäft, oder? Das hat ja nichts mit frauenfeindlich zu tun. So, so genau, wer dumm pappelt, wer beleidigt, feierabend. Nein, kein Problem, gar nicht. Fuck you! Sie haben mich gebrochen. Leg mich am Arsch! Ich kann nicht malen. Ich starre nur auf die weiße Leinwand und warte nur auf ihre nächste vernichtende Kritik. Ah, da gibt es schlimmeres Zeug, also... Ehrlich? Die erste Mama kann es auch übertreiben. Ich meine, das sind halt was für... Was soll ich denn nur tun, damit sie mich ernst nehmen? Hey! Oh, natürlich. Jetzt ist mir alles völlig... Deswegen mögen sie Amy im Kurs lieber... Du, doch lieber samstags pumsen, wie mit denen dreieinhalb Affen da Musik zu machen. Ist doch klar. Bis dann. Ja, aber wir fangen nicht an, über Politik zu quatschen. Ist alles gesagt darüber? Sie sind nicht fertig. Ich bin total verloren in diesem Kurs. Ja, aber ich habe doch... Mein Geldbeutel ist leer. Nein, ich meine, das wollte ich damit... Ich hasse die Weiber! Wirklich? Ich kann sie nur gebrauchen zum Ficken, weil sie oder was... Anderem tauchen sie nix, die Dreckschlampe. Ich muss sie beleidigen. Blase Sau! Okay. Furchtbares Volk. Ich will von Ihnen aber keine falsche Note. Sie bedeutet doch gar nichts, wenn Sie lügen. Ja, ich habe... Sondergenehmigung. Nein, das stimmt nicht. Und du weißt, was auf dem Planeten abgeht. Alles ist zusammengefickt. Wenn wir jetzt über Politik anfangen... ...müssen wir 20 Sendungen machen. Ich muss gehen. Ja, da kann ich nämlich in die Platz, äh. Plus. Leg mich am Arsch, der Speichel lecker! Ja, da kann ich mich am Arsch, der Speichel lecker!